hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von kaiosha kui masters und hier geht es schon gut los die erste schicksale hört man schon hier so viole 192 haben wir schon ausgesoffen unsere plasmide sind wieder in ordnung alter was ist denn hier los alter was geht denn hier ab kann ich nicht hacken zack verdammt da 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 na warte da da ich weiß nicht wer dich hier aufgestellt hat aber du gehörst jetzt zu mir ja du stehst hinter meiner fuchtel da komm schon zack und nein quatsch so da 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 ich finde gar nicht zu freundchen Das ist ja nicht mal alle. Okay, wo muss ich hin? Hier hin, okay. Hey, kannst du mal richtig fliegen? Nee, hier ist die richtig. Ich glaube schon. Ähm... War es ja auch schon in Brand gesetzt? Ich habe aber keine Ahnung. Ja, der gehört schon in mir. Den habe ich gehackt. Ah, da bist du ja. Oh. Da ist ein Big Daddy. Da ist ein Big Daddy. Ah. 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 Okay, big daddy. Woah. Ah. Sorry, Rosie. Ah. Was denn? Wir sind einfach schuld für selber eingerannt. Wohin so eilig, Freundchen? Was denn hier? Mein Ding, bitte. Der war heute wie alle herzallerliebst, die Leute. So. So. Mich mit. So. Wo muss ich denn hin? Das ist da lang. Dumm, dumm, dumm. So. 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 Sei mir nicht böse, lieber Bot. Aber ich hack dich mal eben. Komm. Denn du musst mir unterstehen. Ah, komm. Wo ist das richtige Teil? Ah. Da. Damm, didamm. Du. So. Zack. Du hast keine Chance gegen dich. 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 So. Ich denke das wie Männer. Du. Ich. Ein U-Boot. Und mehr Adam. Als du dir vorstellen kannst. Adam? Wie viel Adam gibt es denn? Zeitungsstand? Wenn du hier eine Lady klar machen willst, musst du reich sein. Tja. Meinst du kannst mich als Leiche verarscht, der eine Waffe in der Hand hält? Tja. Wurde er nicht, was? Oh. So. Tja. Habe ich dich getötet? So. Dann gehen wir mal zum lieben Herrn. Moment. Woher muss ich hin? Zum Point Prometheus Square. Hier hin? Dann gehen wir mal hin. Oh. Point Prometheus. Point Prometheus. Point Prometheus. Da ist er. Okay. Okay. Du möchtest wirklich austragen. Ich bin dabei. Nein, aber ich habe das gesamte Ende der Stadt, mein Lieber, und ich habe auch vor, die Welt einzusetzen. Nja, woraus wartest du denn? Schnapp dir den Idioten! Okay. Verdammt. Der Torkel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Oh. Du gibst den Roboter an Befehle, die ich jetzt gleich übernehmen werde. Aber schämst du dich nicht? Lalalala, lalalala, lalalala. Zack und zack. Dich hecke ich mal hier auch ganz schnell. Lalalala, lalalala. Oh Gott. Oh. Und das Snack-Quatsch, das hier brauche ich. Tja. Jetzt gehört der von mir. Dum 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 dum. Dum dum. Willkommen, Zirkus der Werte. Blablabla. Körperpanzerung. Elektro-Haut 2 habe ich. Börsen-Field habe ich auch. French-Locky. Worker. Ich gucke jetzt mal, was ich hier alles machen kann. Dum dum dum. Alarm-Expert. Hacking-Expert. Habe ich nur alles von einer Sorte. Okay. Habe ich hier. Ich bin schon. Okay. Ich habe von dem Winterblast, habe ich den einzigen auf... dann holen Sie einen Schot auf mit dir und einer polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture in der Qual. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Ich habe ja einen Big Daddy. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Okay. Ähm. Ja. Na gut. Ich muss also zu einem Big Daddy werden. Na gut. Ich probiere mal eben, was hier so alles drin ist. Ach, wir schauen, das ist riesig hier. Ich bin Winter. Du bist niemand. Du musst jetzt inverseren. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht treffen. Es war super. Wir haben die Kleinen von Anfallern auf bestimmte Duftstoffe geprägt, auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufzeichnen wie Aftershave. Man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann hörst du so aus, wie es auf die Kleinen die Nächte rauskriegt. Wir mussten dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hierbei mehr so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Okay. Boah. Verdammt. Ich muss, dass ich da ein Big Daddy werde. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Überlass das mal mir, okay? Ich weiß, was ich tue. Halt die Klappe, Fontaine. Du hast mich schon genug belogen. Mit, wärst du so freundlich. Ähm... Bäm, bäm, bäm... Bäm, bäm, bäm... Bäm, bäm, bäm... Zack. Zack. Bäm, 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 bäm... Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine, erschaffen. Suche die Einzelteile des Abzugs und führe die Little Sisters. Er kann nämlich meine Little Sisters zeigen. So. Okay. Hä? Bleib mir vom Leib, du Idiot. Ich schaue mir jetzt mal ein bisschen hier oben. Das ist leider defekt, oder nicht? Hä? Mal gucken, wo ich hier überbelangen muss. Oh Gott, was ist denn easy, klar? Real ist das hier? Ja. 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 Blöd Mann. So, wo muss ich denn überhaupt hin, um zu einem Big Daddy zu werden? Gerne Upgrades kaufen. Ein Gesundheits-Upgrade. Beat-Upgrade. Plus-Meat-Slot. Kampftonika-Slot. Yay, ich hab'n... So. Venedig-Expert. Was ist denn Venedig-Expert? Venedig-Expert. Hm, das hätte ich gerne. Ne? So. Machine Burster. Nehme ich auch noch. La, 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 la. Weil sie nicht sogar im Innen, die gar nicht da sind. Okay, ich würde sagen, ich beende die Folge. Bleibt sich mir gewogen. Und bis morgen. Ciao. Oh. 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 So. 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 Zunt und Mund.